Eines war ganz neu für mich. Zum ersten Mal in meinem Leben war mein Terminkalender leer. Ich hatte einen Herzinfarkt. Ich weiß nicht, warum ich in das Dorf meiner Kindheit zurückkehre. Manchmal tut man Dinge, die man sich selbst nicht erklären kann. Daniel Darius, in unserer alten Schule. Sagen Sie, man treibt sich natürlich. Warum? Was hat er hier vor? Ich habe vor, zuzuhören. Ich bin gerade vorbeigekommen. Da habe ich den Gesang gehört. Da ist vieles schön. Er hat gesagt, da ist vieles schön. Hat Oliver das gehört? Oliver! Er hat gesagt, dass vieles schön ist! Das schreit einem so! Um fünf Wochen ist das Frühjahrskonzert und es gibt nur einen Grund zum Absagen. Die eigene Beherrnung. Und nicht vergessen, alle müssen nüchtern sein. Ich danke euch! Probe! Na schön, wie wir den Tromps an den Islöhrt. Wo warst du so? Man lügt mich nicht an, du verfluchte Mutter! Ich weiß genau, was ich sage. Die Kirche hat die Sexualität zu einer Sünde gemacht. Mit der einen Hand hat sie Schuld verteilt und mit der anderen die Familie und der Sünden anzubieten. Und die Leute zu unterdrücken. Und macht sie doch nicht zur Arbeit! Verrückt! Alle, wir sind verliebt in dich. Das hast du sicher bemerkt. Inga ist verrückt nach dir. Lena liebt mich. Ich schreibe alles auf, was du sagst. Darf ich dich mal was fragen? Was machst du eigentlich hier? Wo du doch woanders... Seit meiner Jugend träum ich davon, meine Musik zu finden, die gewaltig Herzen öffnen. Diesen Traum habe ich nachdem, so wie früher. Kein kleiner Traum in der Ruhe. Ich hab mein Selbst nie verloren. Ist es manchmal einfach umschlagen, doch ist es nur erwacht. Und durchspaht es mir umlaut, Ich will im Leben glücklich sein, so wie ich bin. Und die gute Stadt und Leib und seit ihr geht uns schnell vorbei. Ich bin ganz der Sterne über diese Welt. Und den Himmel, den Wind, den ich lehre. Er ist nur noch in mir.